Eine Maskenpflicht auf dem Planiermeilen in den Innenstädten ist doch gut. Gut für die Exhibitionisten in unserer Gesellschaft. So in der Art Maske auf, Hose runter und keiner sieht, dass du das warst. Aber ich habe nichts gesagt. Nicht, dass ich das machen würde. Aber ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt.